Was begeistert deine Teens? Woher bekommst du neue und kreative Ideen für deine Teen-Arbeit? Die neue Tech ist jetzt da und will dir dabei helfen. Sie ist anders, kleiner, leichter, anwenderfreundlicher und erlebnisorientierter. Und das alles, damit deine Teens Christus erleben. Sie hat ein neues Design mit klarem, übersichtlichem Aufbau. Jede Ausgabe hat ein eigenes Titelthema und einen großen Materialpool. Der Materialpool bietet viele Stundenentwürfe, Bibelarbeiten, Andachten mit kreativen und erlebnisorientierten Methoden. Er beinhaltet Themen, die Teenager helfen, in ihrem Glauben zu wachsen und selbstständig zu werden. Im Mitarbeiterbereich findet man Artikel und Motivierendes für Leiter und Mitarbeitende, sowie Infos zur Seelsorge, Leiterschaft und Teamwork. Außerdem gibt es pädagogisches Wissen und Tipps von erfahrenen Mitarbeitenden. Der Marktplatz macht seinem Namen alle Ehre. Hier gibt es Termine, Infos, Buch- und Filmrezis, Homepage-Tipps und Aktionsideen. Mit all diesen Inhalten kannst du ein Quartal lang deine Teenagerarbeit gestalten. Dafür machen wir dir einen Vorschlag, passend zur jeweiligen Jahreszeit. Den Quartalsplan kannst du natürlich je nach Belieben anpassen. Diese vielseitigen Entwürfe erarbeiten für euch erfahrene Praktika aus verschiedenen Bereichen der Jugendarbeit. Und jetzt kommt der Clou. Im Heft erhältst du einen kurzen Überblick über die Themen- und Stundenentwürfe. Im Netz findest du dann jeweils die ausführliche Version mit Spielerklärungen, Fragebogen und zusätzlichen Inhalten. Außerdem findest du im Pool noch viele weitere Gruppentwürfe und Artikel und das ganz einfach über die Suchfunktion. So kannst du selbst zusammenbasteln und entscheiden, welche Ideen du für deinen Teen-Kreis verwenden möchtest. Das passende Thema für den Teen-Kreis zu suchen, kann sich so anfühlen wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Deshalb empfehle ich meinen Teen-Kreis-Mitarbeitern im EC-Kreisverband Nordheide, die Tech zu benutzen. Weil die Tech gleicht eher einem Haufen voller Nadeln. Hier findest du viele verschiedene kreative Themen, die ausgearbeitet sind von Leuten, die Ahnung von der Praxis haben. Und du kannst dir sogar einen kompletten Quartalsplan für deinen Teen-Kreis vor Ort dort raussuchen. Von daher kann ich dir Tech nur empfehlen. Die Begegnung mit Teenagern bereichert und begeistert mich. Den christlichen Glauben miteinander zu entdecken, in der Jugendarbeit, im kirchlichen Unterricht, ist wie die Abenteuerfahrt in ein neues Land. Tech ist dabei unser Reisebegleiter. Kreativ, praktisch, vielfältig. Damit Glaube an Christus erfahrbar wird. Die Tech verwende ich gerne im Hauskreis mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Oder ich gebe sie auch gern Teenagern an die Hand, die im Teen-Kreis ein Thema gestalten möchten. Schnappt ihr die Tech. Es lohnt sich. Gottes Segen. Das ist cool.